Ein Fertighaus, aber nicht für eine, nicht für zwei, nein für fünf Familien wurde hier in Dorf Tirol ein Haus mit fünf Wohnungen gebaut. Wie man fünf unterschiedliche Meinungen unter einem Dach versammeln kann, das will ich heute wissen. Seit einem Jahr leben jetzt fünf verschiedene Familien in fünf verschiedenen Wohnungen hier in einem Alphaus zusammen. War das von Beginn an ganz klar, wie es gemeinsam bauen will es? Nein, war es eigentlich nicht. Wir mussten ein paar Mal ein Gasthaus treffen, dass wir uns auch kennenlernen. Wir haben uns ja nicht alle gewusst, wer da miteinander gebaut. Und da sind wir gleich draufgekommen, dass das verschiedene Meinungen hat, dass das nicht ganz so einfach wird. Wir haben uns einmal einen Geometer genommen, der hat uns noch einen Plan gemacht für ein Haus. Mit dem Plan haben wir noch verschiedene Kostenvorschläge hingeholt. Und da sind wir noch auf die Firma Alphaus gekommen. Der hat von Benni, die Frau, auf der Mess kennengelernt. Und da sind wir eigentlich gleich überzeugt gewesen, dass die Firma versteht, was wir gerne hatten. Fünf verschiedene Wohnungen sind gebaut worden. Schauen die dann alle gleich aus? Haben die gleich viel gekostet? Können Sie jetzt mit dem Nachbarn die Wohnung tauschen? Nein, da war er nicht gegangen. Da hat jeder seine eigenen Wünsche gehabt. Und da hat er auch gekannt, jeder seine Wohnung so individuell zu planen, wie er gewählt hat, zu seinem Fixpreis. Und der hat dann auch bis zum Schluss gepasst auf dem Cent. Jetzt stelle ich mir das ziemlich schwierig vor. Beim Bauen möchte man ja oft auch während der Bauphase etwas ändern. Wie ist das bei Fertighäuser? Muss man da noch nehmen, was im Umfang auf dem Plan noch um ist? Wir haben von denen auch Angst gehabt, aber das ist dann echt gut gegangen. Mit dem Matthias, dem Baustellenleiter, haben wir noch besprochen, was könnte man gerne anders machen. Und dann hat der uns gleich anhand von verschiedenen Kosten vorgeschlagen. Plus, Minus, Aufpreis, Minderpreis, haben wir das noch ändern gekannt. Wie zum Beispiel Beninz ist gewesen, das Fenster da hinten. Da haben wir auf dem Plan ein richtig schönes, großes, sechs Sektes Fenster drauf gehabt. Aber Matthias hat noch Vorschlag gemacht. Da kommt man da ein bisschen in den Spur, wenn man da nur eine Fähre gefeiert hat. Und wir haben uns nachher für das Land entschieden. Und das ist gegangen. Jetzt wie war das mit der Bauzeit bei so einem großen Gebäude? Baut man da sehr lang? Nein, eigentlich nicht der Baustaus. Weil bei normalem Bau macht man ungefähr eineinhalb Jahre circa bis man ihn ziehen kann. Baustaus war es ungefähr sieben Monate. Da haben wir am März angefangen zu bauen. Wir sind dann im November, Dezember hingezogen. Praktisch alle Familien haben schon im Dezember Weihnachten drin gefeiert. Und das war für uns den Ausschlag geben. Jetzt habt ihr die Pläne ja schon gehabt. Das ist praktisch ein Geomettor, den ich davor schon angestellt habe, die Pläne zu machen. Wie ist das bei Fertighäuser? Seid ihr es mit dem Plan zum Alphaus? Ist das denn jetzt ein Problem, dass die den Plan nehmen müssen? Nein, es war nicht schwierig, weil wir sind mit unseren Plänen zum Alphaus hingegangen. Da haben sie uns in ein Softwareprogramm hingegeben. Da hat der Baustellenleiter Matthias einen Vorschlag gemacht, zu uns zu kommen. uns das noch auf dem Programm vorzustellen. Und da sich noch jeder kennt, individuell seine Wohnung noch zu planen, wie er sie eigentlich gebraucht und gewollt hatte. Wenn Sie jetzt selbst noch einmal bauen würden, würden Sie dann Alphaus noch einmal nehmen? Ja, das Konzept passt. Alphaus. Das fertig gedachte Haus.